Liebe Leute, willkommen zurück zu Valheim. Ich bin schon ein paar Meter unterwegs und dachte mir, komm jetzt kommst du in ein unbekanntes Gebiet, ähm, nimm mal lieber auf. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Wildschweinen. Und teile hier ein bisschen mit diesem Speer aus. Aber ich brauche Lederreste. Ich, ähm, ich muss da definitiv vorankommen. Was liegt hier? Was leuchtet hier so? Filz. Nehmen wir sehr gern. Vielleicht sollte ich auch einfach mal anfangen, Sachen anzubauen. Aber ja, es gibt so viel zu tun. Ey, ihr Pfeifen. Komm her. Komm her. Ganz kurz. Ey, ey. Ganz kurz. Ich nehm mal diese Augen mit. Die haben tatsächlich auch ganz gutes Zeug dabei, was man mal so gebrauchen kann. Ein bisschen Holz oder so. Ah, wie schön das hier ist. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. Hier haben wir ein bisschen Überblick. Ich kenne mich da halt mit diesen Gebieten nicht so super aus, aber das ist das nächste Ziel, dass wir ein paar Lederreste sammeln, um dann eben diesen Gerbertisch oder wie das Gerbgestell, um das zu bauen. Das wäre schon ganz nett. Wir können natürlich jetzt auch losziehen. Ah, da vorne haben wir uns. Und schauen, dass wir den Boss killen. Dafür hätte ich aber ganz gern ein paar Federn. Und dafür gibt's ja... Hier so Vögel, die so rumfliegen. Sieht man da, wozu so Möwen oder was das sein sollen? Zeig mal, was haben wir jetzt? Drei. Ja, gut. Du könntest etwas zu essen vertragen. Hier ist mal was. Weshalb ich aber eher vorschlagen würde, dass wir dafür ins Wasser gehen, was gar nicht schlecht ist. Das heißt, wir grasen jetzt diese Ecke der Map hier so ein bisschen ab und schauen dann mal, dass wir unten so ein paar Vögel finden. Denn die besseren Pfeile stellen wir aus Federn und Feuersteinen her oder eben aus Harz, glaube ich war es. Damit das eben Feuerpfeile sind. Ich denke, das kann nicht schaden gegen so einen Boss. Aber wir schauen mal, was wir finden. Warte mal, das ist doch ein Schwein, was ich hier höre. Oh ja, warte mal, ich brauche auch Knochen. Howdy. Hau mal ab, bitte. Hau mal ab. Hau mal ab. Kein Schild. Das war dumm. Also die Treffergenauigkeit ist erstaunlich gut, muss ich sagen. Also nicht seine jetzt, sondern Es gibt ja so Spiele, da bist du so einen halben Meter vom Feind entfernt und wirst trotzdem getroffen. Hier kann man sich darauf verlassen. Kommt da noch was? Dass du da nicht getroffen wirst. Und das ist nicht selbstverständlich, finde ich. Tanne. Das ist hier ein Dungeon, ne? Naja. Ich sehe schon. Howdy. Überall in der zehnten Welt existieren Höhlen und Dungeons. Das ist Monumente der Vergangenheit, die mit den Reichtümern längst vergessener Zivilisationen gefüllt sind. Vergiss nicht, eine Lichtquelle mitzuführen. Sehr schön. Also Tutorial-mäßig, finde ich, ist das wirklich gut gemacht. Dann, wenn es nötig ist, wird dir was gesagt von einem Tier, das dann erscheint. Es pausiert nicht das Spiel und plötzlich musst du dir das durchlesen, obwohl das erst in zehn Minuten relevant ist. Sondern in dem Moment, in dem du davor stehst, kommt einer und sagt, das hier? Ach ja, übrigens, das ist das und das. Sehr schön. Warte mal, gib mir mal... Nee. Nee. Nehmen wir das als Dungeon? Dungeon. Heißt das übrigens? Aber das machen wir jetzt definitiv nicht. Schon gar nicht. Ohne Schild. Und möglicherweise bessere... Besserer Waffen. So, aber das eigentliche Ziel war ja tatsächlich, jetzt hier rüber zu gehen, so ein bisschen ans Wasser. Um das zu schauen. Dieses Gebiet gefällt mir hier wesentlich besser, ne? Könnte ich auch hier einfach bauen? Weil ich meine, meine jetzige Hütte ist ja sehr... Gewöhnlich, sag ich mal. Das ist jetzt auch kein Aufwand, das abzureißen und mitzunehmen. Ich habe nicht besonders viel Zeug. Ganz bewusst lasse ich mir hier viel Zeit, weil ich eben das Spiel auch verstehen möchte und nicht irgendwie plötzlich in irgendein Gebiet rennen möchte, wo ich dann fertig gemacht werde. Bisher hatte ich glaube ich Glück auch mit den Trolls und so, das ging schon, aber wir wissen ja alle, wie schnell es gehen kann. Und ich habe übrigens diese Hordenangriffe alle paar Tage ausgestellt, weil... Das ist die Erklärung, warum ich es ausgestellt habe. Könnte mich nicht weniger interessieren, irgendwelche komischen Angriffe. Gehen wir da drüber zu dem Stein. Es ist kein Schrein, sonst würde er schreien. Wir lesen. Wer liest vor? An dieser Stelle fiel mir ein Baum auf den Kopf und ich verfluchte die Götter. Deshalb hinterlasse ich diesen Stein, um sie zu preisen, auf das sie mir meine unbedachten Worte verzeihen mögen. Okay. So, wir haben da vorne ein bisschen Water. Das bedeutet, ich muss jetzt auf Suche gehen. Was ist das hier? Ach, nichts. Die Suche gehen nach so einem Vogel. Da haben wir einen weiteren Stein. Oh Gott. Könnte Something to Eat vertragen. Komm, zieh dir meine Himbeere rein. Nixen. Schnappen wir uns noch einen Hirsch. Kann ja alles nicht schaden. Wir haben jede Menge Essen da. Im Lager. Daran soll es also nicht scheitern. Aber ich denke, auf kurz oder lang wäre es nicht verkehrt, zu töten. Äh, ich meine anzubauen, damit wir dann halt immer Pilze und sowas da haben. Weil ich vermute mal ganz stark, dass das Spiel mit der Zeit schwerer wird. Aber ist nur so eine Vermutung. Aber hier ist es auch sehr nett. Müm, müm. Das nehmen wir alles mit. Ich finde es schade, dass die keine Lederreste dabei haben. Was? Die vielleicht, aber ich glaube, die haben immer nur Harz, ne? Ich verstehe, ich kann nicht irgendwie. Was hat das zu bedeuten? Was soll das heißen? Vater, wo gehst du hin? Wir haben es alle schon mal genauso gehört. So merkwürdig ausgesprochen. Und in dem Moment ist es uns hier aufgefallen. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, klang das schon alles sehr komisch. Ach, das ist ein weiterer von diesen Dingern. Warte mal, muss ich davon mehrere platzieren? Ja, gesunde Nachkommen. Kann das sein? Weil der ist hier, der ist da. Ah, wie schön. Wie schön das ist. Ist eine schöne Mäbel. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Können wir alles gebrauchen. Brauchen wir ebenfalls für das Gerbgestell. Oh, was geht denn hier ab? Wir haben auch übrigens irgendwas freigeschaltet, ne? Beim irgendeinen Umhang oder so, habe ich gesehen. Als wir die Skelette umgefetzt haben. Stylish, wie immer. Aber da war ich halt mit einem Kampf. Ihr habt es gesehen. Das war wie damals der Renegade, ja? Ich hatte keine Zeit, mich umzuschauen. Was ist denn hier für ein Treffen? Ihr Glück, dass ich nicht treffen kann. Oh, doch. Oh ja, komm mal her, komm mal her. Ich brauche dich. Ja, bleib mal kurz da. Ich bin gleich sofort da. Kurz ein bisschen Ausdauer. Komm, einmal noch. Sehr schön. So, was haben die Steinharz, das Auge und Holz? Ja, was denn jetzt? Ich habe noch das Treffer-Feedback gelobt. Was denn jetzt? Hör doch auf. Sprich mal. Sehr gut. Das passt. Es wird allmählich dunkel, aber das kriegen wir vielleicht trotzdem ganz gut hin. Wir sind ja quasi auf dem Rückweg, aber ich brauche so ein paar Federn. Ich habe auch schon welche gesammelt, aber ich weiß nicht woher. Ich habe nicht bewusst einen Vogel getötet. Aber ich bin der Meinung, ab und zu... Oh, ist das schön, Leute. Was machen Sachen? Komm, gib dir mal Mühe kurz. Ganz kurz nur. Da ist irgendwas sehr Blaues da drüben. Naja, so richtig auf dem Rückweg sind wir nicht. Wobei, das wird hier so ein Stück sein. Und dann geht es ab Spawnpunkt vorbei wieder zurück. Das müsste eigentlich passen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Unter dem Meer. Ah, toll. Hier mit den Bäumen und was Lichtatmosphäre alles ausmacht in einem Spiel. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da ist es nicht mehr so wichtig, wie die Texturen aussehen oder so. Ich muss reden. Aber... Was ist das denn da? Achso, das ist dieses Ding da. Aber, ne? Lichtschatten. Lichtfarbe und sowas. Das ist schon krass. Ich glaube, hier ist noch ein Dungeon, wenn mich nicht alles täuscht. Ey, das ist riesig groß. Was soll das denn sein? Das ist einfach so eine Mall. Einfach so ein Shopping Center. Und so irgendwelche Kiddos davor, die so Pokémon Go spielen. Ja, ich habe den gefangen. Ja, ich habe den gefangen. Da ist irgendwas. Fängst an zu frieren. Ist nicht schlimm. Gib mir das hier mal. Gießtel. Mai-Baum. Was denn zum Midsommerkrone? Können wir dann da drum herumtanzen oder was? Okay, ich vermute mal, das ist ebenfalls ein Dungeon. Das gefällt mir schon mal gut. Damit kann ich nämlich auch ein paar Knochenpfeile herstellen. Dungeon. Das ist nicht so laut. Ich bin hier auf geheimer Mission. Was ist denn da unten? Da haben wir so eine Steinruine. Es ist leider echt ein bisschen dunkel. Also ihr seht wahrscheinlich so viel wie ich. Nämlich ein bisschen was von der Umgebung. Und eigentlich sonst nur Feuer. Weil da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Oh, okay. Da sind so ein paar Blauaugen-Ottos. Aber alles in allem. Sieht das jetzt nicht unschaffbar aus. Wir schleichen mal ein bisschen. Ich will mir das anschauen. Vielleicht finden wir da einen Schatz. Ist neben mir noch einer? Oh. Sorry, war Spaß. Hier. Hier. Warte mal. Sind die miteinander befreundet? Nee, sind sie nicht, ne? Sehr gut. Weiter so. Ja, ja. Die mag ich auch gar nicht. Komm weg, weg, weg. Rüber. Nicht im Wasser. Das ist ein Vogel. Ich bin hochkonzentriert. Oh, sauber. Sauber. Komm mal her. Easy. Troll-Rüstung klärt. Ganz ruhig. Hübscher Vogel. Zack. Sag mal her. Gibt es dafür ein paar Federn? Drei Federn. Ja, okay. Aber gut. An der Küste scheint das hier definitiv richtig zu sein. Ein paar Möwen. Ich habe mittendrin gerade auch so einen Raben oder sowas gesehen. Darauf verlasse ich mich aber nicht. Sag mal, was haben wir denn hier? Ich höre was. Ist der da oben drauf vielleicht? Nee, das war nicht das. Also. Die Animation. Ist da was drauf? Nee. Aber das könnte man quasi nehmen als. Als Basis-Basis. Weißt du, was ich meine? Als Basis für die Basis. Da ist nochmal so ein Otto, aber. Wurde ich da dann doch eher einen Vogel? Hm. Okay, komm. Wir ziehen mal weiter. Weil die bringen mir nicht so super viel, die Typen. Also ich meine klar, Kampferfahrung und so. Aber. Wir schauen mal, ob die jetzt weiter hinterher kommen. Oder ob ich die loswerde. Möglicherweise ist es auch nur der eine. Dann kann ich die vielleicht doch ganz schnell abschütteln. Nee, der ist immer noch da. Hartnäckig wie ein DVD-Sammler vor Mediamarkt. Komm mal her. Hüah. Also richtig überzeugt bin ich vom Sperren auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, was ist denn jetzt? Oh, 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 oh. Das ist natürlich blöd hier. Kriegen wir den? Bleib stehen. Hadouken. Hadouken. Beim ersten Versuch. Fürchte aber, da komme ich nicht. Doch, das schafft er. Die Animation. Warum benutzt er denn seine Knie nicht? Was ist das hier? Ist das normaler Stein? Zinn-Vorkommen. Okay, warte mal. Ich rutsche hier die ganze Zeit weg. Ähm... Warte mal. Womit habe ich Kopfer markiert? Mit dem Ding hier. Zorn. Nee, nee. Neue Rechtschreibung. Zinn. Hüah. Haben wir ein paar Federn jetzt? Neun. Ja, gut. Was bekomme ich daraus? Wahrscheinlich neun. Aber schön... Da oben ist ein Troll. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Der steht da. Wie irgendein Gott ihn schuf. Ich hoffe, dass ich an dem vorbeikomme. Naja, das mache ich jetzt nicht. Dafür habe ich schon so viele Pfeile verballert. Ich will zurück. Oh nein, ich gehe in die falsche Richtung. Ich muss nach da oben. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Kleine Nachtwanderung. Diesel. Das kriegen wir hin. Ist das jetzt richtig? Immer noch nicht. Ich muss tatsächlich ziemlich genau da lang. Da kommen wir aber wieder ins Wasser. Ich muss ein bisschen größeren Bogen schlagen, weil da tatsächlich der Troll ist. Da sehe ich rote Augen. Oh Gott. Um Jottes Willen. Was mache ich denn mit denen? Das könnte Schnee sein da vorne. Das heißt, er wird frieren. Ja, das ist Schnee. Ich muss ein bisschen zurück. Da sind jede Menge von diesen Orthos. Das ist natürlich denkbar schlecht jetzt. Aber das Gute ist, man kann recht gut... Oh nein, ich laufe genau auf den zu. Kommen wir hier lang. Ist alles gut, ist alles gut. Ein bisschen Schnee. Das ist gar nicht schlecht, weil dann sehen wir es auf der Map. Noch ein Dungeon. Oh Gott. Ist das alles voll? Ist das denn da los? Oh Gott. Leute, ich habe mich verlaufen. Hallo. Oh, die hauen rein. Schnell weg. Warte mal, läuft der schneller ohne Waffe? Oh ja, das tut er. Nee, nee, nee. Wir sind im Düsterwald. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Guck mal, wie wir rennen können hier. Naja, das ist richtig. Alles gut. Ich habe mich verlaufen. Sorry. Also da war definitiv noch ein Dungeon. beim Beginn in den Schneegebiet. Jetzt müssen wir erstmal raus aus dem Düsterwald. Das war mir gar nicht bewusst. Komm raus hier. Ach, Grasland. Naja, klar. Ei, ei, ei. Tag zwölf. Die Sonne geht gleich auf. Sehr gut. Okay. So, Wildschweine habe ich jetzt nicht wirklich viele gefunden. Aber wir haben ein paar Dinge, die wir jetzt basteln können. Möglicherweise aber erst mit dem Gerbgestell. Das ist ja... Ja, das wird auch nur eine Erweiterung sein für die Werkbank, oder? Eiei, ei. Warte mal, sind wir jetzt auf der anderen Seite vom Wasser? Ja, 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 ja. Ich brauche euch. Wie viele? Wie viele? Ist das diese... Der Wildschwein-Spawn, von dem ich in der letzten Folge gesprochen habe? Das sieht fast danach aus. Warte mal, gib mal her hier. Sieben und acht. Zeig mal her, was steht hier. Oh Gott. Dieses Land ist wild. Das kennen wir schon. Das sieht fast so aus, oder? Und das sind jetzt fünf Wildschweine gewesen. Mit dem hier. Wie viel haben wir jetzt? Zwölf? Ich glaube fast, wir brauchen 20, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich markiere das mal eben. Als... Keine Ahnung. Vielleicht stimmt das nicht, aber das war jetzt schon... Schwimmt da sogar eins? Das könnte schon stimmen, oder? Ich weiß ja nicht, ob die so spawnen, oder ob ich einmal aus dem Bild muss, quasi. Aber das wäre natürlich der Knaller. Ich meine, Speer ist gleich durch. Aber alles in allem schon mal gar nicht so verkehrt. Wir müssen nach da drüben. Sehr gut. Es wird langsam, finde ich. Es wird langsam. Aber ja, da in diesem Düsterwald sollte man so ohne Schild, ohne richtiges Schwert oder irgendwas wahrscheinlich gar nicht wenden. Ich freue mich schon auf einen Bogen, der schneller zieht. Ich weiß nicht, ob das am Charakter liegt, ob der das levelt oder ob der Bogen damit zusammenhängt. Aber dadurch, dass man Fernkampf oder Bogenschießen skillt, kann ich mir gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass er schneller zieht und genauer zielt. Und aber auch natürlich ein bisschen stärker vielleicht und weniger Ausdauer verbraucht beim Halten. Kommen die noch hinterher? Nein. Okay. Was war das? Sehr gut. Schauen wir uns mal hier drüben. Da haben wir irgendwas Interessantes. Und dann sind wir schon gar nicht mehr so weit von unserem Zuhause entfernt. Aber wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns das hier einmal an. Ist hier schön. Mal hier gerade noch eins. Nein. Okay. Na, ich höre euch. Ansonsten gab es ja noch Bienenneste, die ich dann wahrscheinlich mit dem Bogen abschießen muss. Und dann kann man ja Bienenstöcke tatsächlich bauen. Daran kann ich mich erinnern. Aber das Resultat, ob Honig jetzt so super energiespendend ist oder was, das weiß ich nicht mehr. Aber das finden wir einfach heraus. Also ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Was haben wir denn? Wie viele Lederreste? 13. Das war schon eine ganz gute Jagd jetzt. Gerade mit der einen Stelle, die ich da jetzt glücklicherweise markiert habe. Das heißt, beim nächsten Mal können wir einfach aufstocken an Munition und den Speer reparieren. Und dann ziehen wir da nochmal hin. Und schauen, was das zu bieten hat. Was gibt es hier? Da ist eine Truhe. Hier. Mist. What? Reicht das? Nee. Ja, das können wir sogar so machen. Sehr schön. Feuersteine haben jetzt 21. Und Federn sind wir bei 12. Das gefällt mir ganz gut. Okay. Ja, das muss ich noch lernen. Das ist also dieses... Es muss eine Werkbank da sein, damit du irgendwas machen kannst. Ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Oh, ihr seid mir ein bisschen zu nah dran. Hier haben... Ja, die dürfen nicht zu nah rangehen, ne? Dann ist es gleich vorbei. Okay. Nixen-Trophäe. Sehr schön. So, und dann sind wir jetzt auch schon vorbei. Gleich am Spawnpunkt. Was denn jetzt? So, wir haben ja... Hier im Baron. Sehr schön. Okay, in diesen Dingern sind doch immer Wespennester, oder? Oder Bienennester, besser gesagt. Ich glaube, die würde man schon hören. So, genau. Da kommt der Spawnpunkt. Und dann kommen wir zurück zur Base. Hallo. Sehr schön. Also, furchtbar natürlich. So, da ist der Spawnpunkt. Was denn hier für ein Treffen? Oh, Speer ist gleich durch. Ist schon durch. Oh, oh. Sorry. Komm mal her. Sehr gut. Da haben wir ein paar Pilze. Ja, fantastisch. Das lohnt sich wenigstens. So, wir düsen mal eben zurück. Wenn man die braucht, findet man sie nicht. Wenn man sie nicht braucht, sondern Wildschweine, sind plötzlich drei vor einem. Ganz komisch. Das ist nix. Direkt vor mir. Komm mal her. Welcher Vogel startet denn so durch, bitte? Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal die Himbeere, die aussieht wie ein Apfel. Ja. Sehr schön. Sprinten mal eben verbessert. Und da sind wir auch schon gleich zu Hause. Ja, jetzt nach Hause. Sehr gut. Okay. Genau. Ich werde mal schauen, wie sich das verhält mit dem Boss. Wie man den beschwören kann. Ob das jetzt tatsächlich nur diese Hirsch-Trophäen sind. Denn dann brauche ich, glaube ich, noch ein paar... Obwohl, da haben wir noch mal... Warte, warte, warte. Wo war das? Das ist mir sehr wichtig. Da ist ein Bienennest. Da ist gerade ein Schwein gestorben. Hier, hier, hier. Macht das Sinn? Das sieht ganz gut aus, oder? Tatsächlich. Hier ist das Schwein draufgegangen. Bienenkönigin. Kein Platz. Warte mal. Wir sorgen für Platz. Steine brauchen wir nicht. Ich glaube, den Käse brauchen wir erstmal auch nicht. Bienenkönigin, Bienenstock, Honig. Sehr schön. So habe ich mir das gedacht. Wie viel Lederreste haben wir denn jetzt? 15. Ich bin der Meinung, es sind 20, die gebraucht werden. Hier ist Gerbgestell. Aber wir schauen mal, da ist eine Nixe. Zeig mal her. Ähm, Herstellung. Widerreste 20, Hirschfell 5. Möglicherweise. Yes. Was ist das denn hier? Skelett-Trophäe. Neh, mich sehr gern. Danke. Ach, hier haben wir nochmal welche. Ne, die müssen rüber. Das kann erstmal runter. Das hier ebenfalls. Jetzt schauen wir mal hier rein, was hier neu ist. Troll-Lederhelm. Troll-Leder brauchen wir fünfmal. Hat dann eine Rüstung von sechs. Ah ja, passend, genau. Ich habe hier noch den Standard-Lederhelm. Hirschfell-Umhang. Gewicht vier, Haltbarkeit 400, Rüstung eins. Rustikal, aber schick. Okay, warte mal. Ergänzt sich das? Viermal Hirschfell. Wir haben 16. Das können wir uns ohne Probleme leisten. Knochenfragmente. Sollte auch okay sein, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob der zusätzlich rankommt oder als Oberteil dient. Logischerweise müsste es ein Einzelteil sein. Aber auch hier wieder. Ne, doch, das passt. Jedes Spiel ist irgendwie anders, was das angeht. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein. Okay, es fehlt ein bisschen Holz. Das haben wir nebenan. Warten wir mal kurz, bis das hier fertig ist. Wie gefällt euch mein Umhang? Wunderschön, oder? Der ist ja auch nicht kompliziert oder so. Der ist ganz umhängig eigentlich. So, wir haben noch Holz da. Genau die 10, die wir brauchen. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob dieses Gerbgestell nicht möglicherweise drinnen platziert werden muss. Oder ob das völlig egal ist. Und dann würde ich es nämlich hier platzieren. Und jetzt haben wir das hier Knochen-Turm-Schild. Werkbankstufe 3. Fantastisch. Das ist es, was wir haben wollten. Hier haben wir Troll. Da, da, da. Aufwerten. Okay, ein paar Lederreste. Hirschfell-Umhang. Okay. So, zeig mal her, was gibt es denn hier noch? Dafür brauchen wir ein bisschen Holz. Und dann können wir das Ding aber bauen. Wieso auch immer ich das brauche. Ist aber keine Erweiterung, ne? Das kann ich einfach so irgendwo platzieren. Warte mal, wollen wir das vielleicht ein bisschen schön haben? So ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Schönheit. So. Geht das da oben rauf? Hör mal auf kurz. Hallo, stopp. Schön. Die Bienen sind glücklich. Tja, Leute. Da staunt ihr, was? Was haben wir denn hier? Ausdauer 35. Krass. Ja, okay. Das lohnt sich schon für 15 Minuten. Süß und köstlich. Das ist fantastisch. Das bedeutet für uns. Wir hauen hier mal die restlichen Trophäen rein. So. Die Trophäe ebenfalls. Was ist das hier? Bernstein. Bernstein. Das passt so weit. Was können wir denn hier reinhauen? Ja, dieses Lederzeug habe ich, glaube ich, doch lieber hier direkt bei der Werkbank, weil das scheine ich ja öfter zu gebrauchen. Hier. Ach nee, warte mal. Die Steine lassen wir mal da. Das Zeug kann mal hier rüber. Und die Federn nehmen wir auch noch mit rüber. Und dann bauen wir uns Feuersteinpfeile, würde ich sagen. So. Nee, wie können wir die denn ausrüsten? Ah, okay. Das heißt, wir haben immer noch mal welche dabei, falls wir die anderen gebrauchen könnten. Zack, das kommt raus. Und auch die Federn kommen rüber. Hübsch, aber stachelig. Damit können wir den Maibaum bauen. Löwenzahn, Holz. Ja, das machen wir doch, oder? Keine Ahnung, was der bringt. Aber das finden wir schon noch heraus. Ein bisschen Löwenzahn, ein bisschen Holz. Na, ist okay. Ist okay. Hier liegen noch einige Bäume vom letzten Domino Day. Und ein Vogel. Ah, Mist. Das ist sehr schön. Ach, schade. Zu stabil. Das hier würde noch aber gehen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Löwenzahn. Dann können wir einen Maibaum hinstellen. Vielleicht hilft der bei der Gemütlichkeit oder was. Aber... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch irgendwas, was schneller regenerieren lässt oder irgendwie. Da vorne, so wie es aussieht. Sehr schön. Ja. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob ich davon nicht vielleicht sogar noch ein bisschen was in einer Truhe habe. Aber ich schätze mal, Löwenzahn geht relativ schnell. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Viermal Löwenzahn. Wir haben drei, ne? Komm, einmal Löwenzahn finden wir ja wohl noch. Das wird ja wohl nur nicht das Problem sein jetzt hier. Ich habe das Gefühl, am Anfang des Spiels habe ich nur Löwenzahn. Hier. Zack. Ah, wie toll. Ich glaube, das ist nur schön, ne? Möbel. Herstellung, das passt soweit. Bauen ist ebenfalls okay. Und Möbel an der Stelle. Ich glaube, wir legen uns mal eben schlafen. So. So, ich will hier jetzt wenigstens einmal probieren, was es damit auf sich hat, dass hier das Richtige ist. So. 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 Hier, du Pfeife. Aua. Hau ab. Hau ab. Er kriegt mich aber auch jedes Mal. In your face. Ich komme da nicht hinter die Felsen. Ich komme da nicht hinter der Felsen. Hau ab. Hau ab. Hau ab. easy soll ich euch denn erzählen aber wirklich sehr einfach immer kaputt spitzhacke jetzt geht's los toll ja das war erstaunlich einfach ich bin froh dass es so einfach war denn und das jetzt so ein ultraschwerer kampf gewesen wäre ich kehre mit deiner wächtertrophäe zu den opfersteinen zurück und bringe den göttern ein opfer damit diese dir wohl gesonnen sind ach so warte mal hiervon wird jetzt gesprochen oder wie versteht das das machen wir mal und dann haben wir endlich eine spitzhacke womit wir dann möglicherweise zinn und kupfer und so weiter was ich ja glücklicherweise markiert habe abbauen können und dann kommt vielleicht der ofen und dann damit bessere waffen dann dungeon und dann endgame ah toll schön aber ja viel länger hätte ich nicht warten müssen zum vorbereiten oder so das war schon völlig in ordnung ich glaube die troll rüstung hat ganz gut geholfen und vorher eben essen die blitze haben jetzt nicht so super viel schaden gemacht das war alles sehr im rahmen aber ich muss mich sehr an dieser ausweich mechanik gewöhnen das ist ja rechte maustaste gedrückt halten und dann leertaste ist schon ein bisschen komisch aber da ging es jetzt so ja ja pils geht es bedeutet auch wenn man sich entscheidet vom spawnpunkt aus nicht in meine richtung zu laufen da hinten sondern da lang findet man dann noch mal so ein opfer tisch wo man das machen kann na gut da haben die ja mit gedacht sind die denn jetzt entfernt könnte man im grunde noch mal machen so was kann ich denn für euch tun jetzt hier opfer stein wie kann ich das machen warte mal und wenn ich jetzt einen anderen mache kombiniert sich das dann oder ist das nur der eine oder der andere die wurde die kraft von ektir gewährt verwende sie wenn du sie brauchst ach so wie warte mal dein nächstes ziel befindet sich im dunklen wald begib dich dorthin erkunde das gebiet und birg die dort befindlichen verlorenen schätzungen rohstoffe der uralte erwartet dich okay für den gibt es jetzt aber keinen hinweis hier der hinweis ist der dunkle wald das heißt das ist jetzt erkunden der dunkle wald war ja dann wenn ich mich nicht täusche hier unten hier so die ecke okay da werde ich jetzt aber so ohne schild und so sowieso nicht reingehen ja leute saubere arbeit oder wie oder was ich ich bin begeistert wir haben es geschafft das bisschen vorbereitung hat sich also gelohnt denn als anfänger in so einem spiel sollte man da nicht vielleicht zu zu derbe da direkt einsteigen sondern erstmal schauen dass man sich ein bisschen ausstattet ich glaube dass ich da schon ein zwei trolle gelegt habe weil jetzt eher so glücks dingen dass die auch nicht so super schwer sind aber damit konnte ich natürlich diese diese rüstung herstellen oder kleidung und dann würde ich sagen düse ich zurück was sind jetzt düse ich zurück und wir sehen uns beim nächsten mal und dann bauen wir vielleicht erstmal ein bisschen und so aber machen genauso in dem tempo weiter ein bisschen vorbereiten schauen was es gibt wir haben die erz vorkommen markiert und das heißt da können wir ganz sehr wohl erstmal abbauen und wie gesagt schild und so mir wäre es schon sehr wichtig dass ich eine bessere waffe habe weil mit dem sperr komme ich nur so spärlich zurecht und beim knüppel ist alles so ein bisschen sehr basic noch aber das wird schon aber die beste meldung ist dass wir ein maibaum haben leute uns kann nichts mehr passieren auch wenn es nur ein stück möbel ist leute bis zum nächsten mal ciao so Vielen Dank.